Hallo und herzlich willkommen im regnerischen München. Es ist Mittwoch 10.30 Uhr. Es tut mir ganz furchtbar leid. Danke ans ganze Team. Verzeihung an alle, da draußen nicht angetriggert habe. Die riesen Maschinerie, wo wir vorbereitet haben. Aber das Überraschungspaket findet heute nicht statt. Es wird leider nur ein normaler Umzug, das heißt nur, es wird ein grandioser Mittwochsumzug, leider ohne das Überraschungspaket. Wir haben alles getan, wir haben alles versucht, aber 15 Grad und 50% Regenwahrscheinlichkeit, das sieht auch heute nicht anders aus. Das wird auch nicht mehr wesentlich anders. Da kommt einfach nicht das Gefühl auf für einen unvergesslichen Moment in München. Den wollen wir euch bereiten. Das heißt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Es sind alle am Start. Es ist alles bereit. Wir haben alles getestet. Wir können jederzeit bei etwas besserem Wetter losstarten. Natürlich die entsprechende Anmeldung vorausgesetzt, wie immer bei uns. Und deswegen ein wunderbarer, normaler Mittwochsumzug. Leider mit einer etwas spezielleren Route, weil wir haben natürlich was anderes geplant, aber die müssen wir jetzt auch nehmen. Deswegen danke tausendmal an das Team. Sorry an alle, die jetzt mega enttäuscht sind, die schon brennen. Ich habe es gefühlt bei jedem Telefonat, das wir jetzt gerade geführt haben. Ihr seht, die Frisur sitzt bei dem Wetter. Und wenn ich mal um 10.30 Uhr unter die Dusche komme, wisst ihr, was Sache ist. Das war jetzt ein Telefonmarathon, alle einzusammeln. Aber final, es macht keinen Sinn. Es macht Sinn beim nächsten Mal bei schönem Wetter. Wir wollen unvergessliche Momente erzeugen und die euch auch bringen. Dankeschön an das ganze Team, an alle, die mitgemacht haben, an alle, die immer wieder dabei sind. Wir sehen uns heute Mittwoch, 18 Uhr, 18.30 Uhr am Königsplatz für einen normalen Mittwochsumzug. Ich freue mich auf dich. Das ganze Team freut sich. Bis dann, dein Mick.